Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Maker, der 100 Mario Herausforderung. Wir sind bei Gutter Go Fast, Gutter Go Fast von Kitty und... Ich bin Sonic. Das ist schon mal... Jeks! Boah, Alter. Geschafft. Das Level finde ich interessant. Irgendwie hat's was. Kriegt von mir nicht gern. Bip. Und? Komm schon. Und bip, 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 bip. Jetzt aber. So, Level 3 von 16. Oder 2 von 16 geschafft. Kid Igaros Stage 1 von Peter. Boing, boing, boing. War klar, dass wir dann natürlich auch passend Kid Igaros sind. Habe ich die Befürchtung, dass da noch einige kommen? Oder auch nicht? Warum ist doch bestimmt eine Röhre mit den Viechern, oder? Nicht? Oh, ich komm da ran. Ich muss da ja leider zugeben, ich hab Kid... Was ist denn das? Voll die Verarsche. Ich hab Kid Igaros nie gespielt. Oder... Boah, boah. Hätte ich's doch gelassen. Oder wie das Spiel dann auch heißt. Ja, Schande, komm mal über mich. Blablabla, kennen wir ja. Bip. 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 Ja, war klar, dass hier viele gestorben sind. Warum wohl? Boah, nee, ey. Komm, Brechstange. Okay, lass mir die Brechstange weg. Ich hab ja noch ein paar Leben, so ist das ja nicht. Äh, ja. Irgendwie ist es ja schon lustig. Warum hast du doch auch schon wieder Trolling auf höchstem Niveau mit den Viechern hier? So, jetzt aber. Geh da jetzt nicht rein. So. Ah. Boah, nee. Nein. Knapp daneben ist auch vorbei. Scheiße. Find ich nicht gut. Menno. das ist doch nicht wahr hier so die blooper hier sind kein stück gemein verzischt euch doch einfach das ist die frage oder so irgendwie werde ich da doch schon wieder neugierig ich habe es gewusst oh ne nein einmal nicht aufgepasst weil ich oben geguckt habe was da ist ach mensch ach wisst ihr was ist das vielleicht doch nicht so gut ach man das ist mies also lassen wir die röhren ab sofort röhren sein und die bloopers können mich auch mal hier komme ich auch lang oder da gehst du was ach ja was haben wir da nix gut gehen wir hier lang was kommt denn hier eigentlich noch das level ist so verwirrend gut dass man hier wenigstens ausreichende zeit hat oh ne ja und die auch noch was ist noch alles ja wohl na komm revealed Boah okay Level war zu wenn wir zu trollig das griech jetzt kein Stern von mir Very good. Weiter. So, Level 4. Shortcastle. Ach, kann ich aber nicht mitnehmen. Falsches Spiel. Design. Ja, nee, ist klar. Sonst noch was. Ah, mir egal. Geschafft. First Strike. Bam! Kennen wir ja. Tschüss! Interessant, interessant, interessant. Sehr interessant. Ja, okay. Krieg dann doch einen. Von der Bonz. Level 5. Ich versuche es nicht auszusprechen. Hä? Hä? Oh ja, Mario-Time. Ah ja. Äh? Nein. Kein Stern. Für dich, Mr. Japaner. Ich meine nichts gegen Japaner, aber das Level, das war jetzt... Cooper Hoop Ledge von Cat. Ich ahne Schreckliches. Oh nein! Ja, warum sind hier wohl so viele gestorben? Weil so Situationen scheiße sind. Gott. Mehr Glück als Verstand, aber Hauptsache geschafft. Boah, ey. Ich weiß nicht warum, aber krieg ich einen Stern von mir. Cooper Hoop Ledge. So. Level 7. Mit noch 89 Leben. Äh. Auf jeden Fall von Xavier. Gut. Das ist... Krass. Anders möchte ich das gar nicht nennen. Mich würde ja mal interessieren, was da oben in der... Ach. Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Da unten sind Bomben, ne? Ehe, jey. Nein. Ach, geht doch. Ach, guck mal. Einer langt ja. Was zum Henke? Hä? Alter. Was geht denn hier? Für ein Film. Oh, geht doch. Ach. Ah. Hamme. Hammeer. Einfach nur. Kriegt aber einen Stern von mir. De-fi-ni-tiv. Ach so. Ich müsste ja auch auf... Ich müsste ja auch auf Fighter drücken, ne? So. Level 8. Underwater-Funker. Jetzt Cat mit C. Oh nein. Wer mag sie nicht? Die Unterwasser-Level aus Mario. Okay, wir wissen alle, dass die jeder hasst. Okay, hier geht's nicht weiter. Hm. Gut. Ein Manscher. Ich wollte gerade sagen, ein einsamer Manscher, aber... ...und schwimmende Goombos. Ach, guck mal, wie langsam die sich bewegen. Ob das jetzt gut war, ist fraglich. Verzisch dich, Blupa. Ja, toll. Ja, ja, komm. Eine Feuerblume wäre mal... ...was Nettes. Aber muss wenigstens sagen, sie ist wenigstens so fair. Und verteilt hier... Ein Haufen Pilze. Nur bei meinem Glück... ...jetzt, wo ich einen gebrauchen könnte, finde ich keinen mehr. Egal, ich bin eher am Ende. Verzisch dich, Goomba. Yay. Bing. Ey, cool. Ja. War interessant. Hat einen Stern verdient. Ding. So, und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich sage, gehabt euch wohl. Und tschüss. Tschüss.